ok pres pres hier gibt es noch was magnet ich hab ja noch ein paar blöcke in der hand muss man noch mal gucken wo die sind in der rede um innen war was sagst du denn ist gar nicht dabei kann auch sein was haben wir drüben noch hier kommt jetzt das glaube ich dann wie gesagt mit der wolle hin manganese manganese sonst kannst du ja die wolle mal raus suchen oder hast du die weg gehauen ne 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 die wolle ist ein exer kist ich schau mal eben im me da hier irgendwie noch wolle drin ist woll da ist der vm wolle da ist der vm wolle endlock hier gar nicht das ist normale wolle ok blöcke gibt es hier gar nicht manche blöcke gibt es hier echt nicht sehr sehr da da hinwerblock da 1 drei blöcke fehlen unten noch ok oh ich kann grad auf keinen ah jetzt kann ich vergessen zugreifen da laggy lag 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 ok ich komm mal mit der vm wälder mal runter licht aus da 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 vier magenta lichtblau light grey yellow yellow blue purple yellow purple war da weiße ist weiße ist da zion machen wir das so das ist magenta die haben wir lichtblau haben wir da leimann war zion und grau da das passt orange blue grün rot pink und schwappt 1 6 2 7 stück noch 1 2 3 4 5 6 irgendeine wolle fehlt die braune wolle die haben wir auf jeden fall irgendwo aber wo weiß ich doch kein mensch irgendeiner schrottkiste oder so na hier definitiv nicht entweder hier oben irgendwo rumfliegen mhm irgendwo zwischengelagert und kein arsch weißes oder haben wir mal kaputt gemacht und jetzt ist arsch das gibt es halt keine braune wolle mehr bestimmt irgendeiner mit uns von gestorben oder so weiß auch keiner mehr bestimmt irgendeiner hat haben gehabt hatten wir sehr oder irgendeiner verbaut keine ahnung ne verbaut jetzt glaube ich nicht aber ich glaube irgendeiner ist davon zwar mit gestorben aber jetzt weiß ich auch nicht was schon noch mehr aber gezählt hat die ja eh ja gezählt haben wir jetzt ja äh genetics laborator wollte ich weiter machen genetics simpler und impoate ok dann machen wir jetzt hin oh man wie viel von diesem zeug brauchen wir denn alter wir brauchen soviel kupfer und zinf geht mir doch nicht auf eier mit dem zeug wo soll ich das denn alles her holen so viel kupfer haben wir doch gar nicht hm joey will der kupfer und so einen scheiß haben kupfer haben wir hab ich ja aber nicht so viel weiß ich viel massen weiß ich noch davon brauche achso das nächste nächste fass ist fertig ne ja ja hab ich grad fertig gemacht welches hast du fertig gemacht jub hat gezählt ähm jub hat gezählt ähm jub 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 abpumpen kann und deiner klaus dann einschmeißen kann ach shit hätte ich auch mitnehmen können gleich weil das ist immer kann man immer noch gebrauchen für irgendwas so fuck redstone drum ab nach unten kommt wohin da oh das ist so geworden ich weiß ich hab schaden das ist normal tipp hippi hippie 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 post-näx dankeschön glowstone einmal her damit gegen los sammeln hoffentlich ja kloster und blöcke zählen auch okay das ist besser immer closed oordan bitte danke schön brauchst du den tank erben noch cena naja wenn ich das doch habe ich ne ich meine ja ich hab ich hab den abgebaut bin einfach weggesprungen was soll ich sonst machen soll ich das dumm rumdümpeln kann das andere auch nicht mit den generatoren was kannst du nicht mehr mit den generatoren das zappt mitten okay also kannst du kein keine sachen dafür was wollte ich denn jetzt machen ich wollte das zeug hier rum ausstellen was wir da mal irgendwas von brauchen oder so gut öl haben wir jetzt ein bisschen mehr okay bestimmt strom drauf gibt doch ab ist der dumm spiel ach ich wollte auch noch schweine töten gehen steam drum habe ich gerade bekommen habe ich auch schon zwei stück hast du auch schon hingestellt ne gibt es unten nicht in stream du das ist einfach nur damit strom produzieren ganz ja das ist super welche von euch passt die passt das ist natürlich nicht da kommt hier einfach keine markieren strom habt ihr noch ihr habt für vier stunden habt ihr strom seid ihr bescheuert oder so natürlich ein bisschen yolo yolo polo warum taucht eigentlich die nachricht dann da noch das nervt also nicht irgendwie da was falsch ist machst du das